Musik Also ich bin beeindruckt von der Vielfalt dieses Hofs. Da ist auf der einen Seite Gemüse, auf der anderen Seite Produktion von Biogas, auf der dritten auch Viehwirtschaft. Landwirtschaft ist ein sehr wichtiger Teil in dieser Umgebung, in diesem Dekanat. Und deswegen bin ich froh, dass ich hier auch einen gestandenen Bauern besuchen konnte mit seiner Familie. Und freue mich, dass ich auf die Art die Lebenswelt der Menschen kennenlerne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017